Hallo in der neuen Folge Project 4 Ich hab schon gelockt Ja Okay Ja Okay Können mich mal, ich spiel auch keinen anderen Nieder Ja dann spielst du halt keinen anderen Nieder Dann pff Dann schreibt ihnen das doch, dass das kleine Wichser sind Guck mal, die, die, die wollen es ganz dringend You don't Want That I Play to run Alter, jetzt schreib keinen Roman Support By Yosef Geil, Alter, jetzt schick ab, sonst Lockt der noch Mofo Na gut Ja, aber das ist ja nicht der, der Der Oh ja Kannst du mich juck da? Ach Echt, ich dachte wir sollten jetzt jemand anders halten Dann such dir jetzt ein Champion aus, du hast noch 10 Sekunden Welchen nehm ich denn? Was brauchen wir noch? One Damage Das Licht lässt niemanden im Stich Finde ich gut Alter, die haben Kerrigan und Keltas Und Karazim Oh, fuck it, ey Kerrigan, Keltas und Karazim Bitch Aber die beiden sind für mich echt nervig Weil die einfach, also Gut, Kerrigan springt ja eh auf mich drauf Aber mit der Keltas Ulti kann ich nicht stehen bleiben, wenn ich meine mache Vielleicht nehm ich dann sogar echt mal den fetten Schwuchtel Nee, 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 nee Nimm die Ulti Nimm die Ulti You sure about this? Ja, der Keltas ist 23, das ist ein Lappen Fast so ein großer Lappen wie du Ja, und das mit Absicht, ey Was ist da los, ey, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los, Junge? Das weiß man nicht, das weiß man nicht Was ist da los jetzt hier? Ja Weißt du ja nicht, ne, was hier los ist? Nee, weiß ich nicht Na, hab ich auch mal hoffen, dass du das nicht weißt Nee, das ist auch, glaub ich, ein bisschen viel Also, das geht nicht so auf einmal Ja Das wär auch, ja Das wär auch krass Das wär krass Boah, Junge wär das krass Junge, Junge Das Wetter ist auch krass Was für ein Wetter Krass bewölkt Ja, kennst du Keller? Da ist das Wetter immer genau gleich Ja Außer bei nem Sturm und wenn der Keller voll läuft Ja Wenn der Rhein wieder überschwappt, dann Im geilen Pornokeller Ja Dann kannst du raus aus dem Keller Ja, Mann Aber dann bleib ich auch da Außerhalb des Kellers Ja, macht echt gar keinen Sinn, dass der mit mir Lässt uns gehen Zehn Sekunden Ja, er geht doch weg Ich wollt grad sagen, jetzt läuft der wieder hoch und wieder runter und dann wieder hoch und dann wieder runter und Der, äh, Orange, der hat gar keinen Bock auf dich Der hat keinen Bock? Keinen Bock? Die machen grad auch, die machen grad triple mit Ja, das sieht vielleicht erstmal nur so aus, ne? Vielleicht läuft das auch ganz anders Ja, seh ich Seh ich, seh ich Pssst Guck Erfolgreich Ausgeführt Ja With pride executed Haben die doch gut gemacht Haben die gut gemacht Mit zu Oh, Lockheiz hier Ja, okay Lucky Kill Ja, und? Von 72 XP überall Ja, geil Wie bringt denn ein Minion? Ja, gut Das würd ich gerne mal wissen Achso Das kann ich dir nicht beantworten Ja, ich auch Ich dachte jetzt sowas wie, du meinst, das bringt ein Minion Ne Na ja, Minion steht bei mir immer nur XP plus oder so Ja, das war plus XP Ja, das ist bei mir das gleiche Ja, das ist doch scheiße Ja, das ist doch scheiße Von bald ist es Nacht Ich hoffe, ihr seid bereit Ja, die bringen bestimmt so 10 Ah, gut Also es gibt ja schon relativ viele Minions, ne? Wenn man noch 6 pro, 6 pro Wave Ich weiß nicht, ob der siebte da immer noch auch bei spawnen, aber Lock, noch der siebte ist auch immer dabei Ja, Lockheiz, ne? Lockheiz So Äh, macht ja auch schön Camps Ich komm direkt nach oben, glaub ich Ist anscheinend mehr Fight als unten Oh, einer stirbt Ja Ähm, murky haben wir auf jeden Fall auch, aber das ist jetzt ja nicht so die Leistung, ne? Ne Ach, unstoppable schmuckl, ne? Kann ich direkt nicht slowen Okay Das ist für dich echt nervig, ne? Aber der proc geht trotzdem drauf, ne? Dieser super Crit Ja, der proc geht drauf, aber die ist ja nicht geslowed durch den proc Der ist halt vor Okay, lass mal kurz, äh Okay, lass mal kurz, äh Er ist halt vor Oh, der Uta ist aber hart am Limit Das war echt grad knapp, ähm Irgendwie grad ne Scheißposition, kommt Pflanzen, greift mal jemand anders an als mich Ich komm mal kurz den Brunnen, ich brauch Mana Merna Fuck Aber mit dem Uta würde ich sagen, gehen wir mal engagen, oder? Sehe ich das falsch Du bist doch tot Ja, ja, klar, aber mit seiner Passiv Okay, ich war vielleicht ein bisschen zu dieb Vielleicht war ich ein bisschen zu dieb Ja, ich bin grad noch rausgekommen War die aber auch nicht dieb genug, ne? Ich geh mal Bottler nehmen Ja, ja, bin ich auch Ja, find ich auch in Ordnung So, äh, Joanna getötet Ah, Johannes ist tot, also schon mal wohl Ich weiß nicht, soll ich Bott pushen, oder euch da helfen? Äh, schnell, brauchst nicht uns helfen, geh lieber Bott Okay, dann geh ich lieber Bott pushen, weil ich glaube, dass, äh Ich push eben noch hier mit So Ich glaub, jetzt kommt der Ball Scheiße Oh Ach, die kommen alle Ja, danke fürs SS Ja, haben wir ja gesagt Ja, habt ihr mir gut mitgeteilt Vor allem du über TeamSpeak Ich bin auch froh, dass du da Ja, ich bin immer hier Aktiv mit mir kommunizierst, weil Ja, klar Warum sollte man TeamSpeak auch nutzen, ne? Ja, wir haben ja das Kälters getötet, du warst ja nur der Bait Ja, ja, klar Hast's gut gemacht Ich bin auch froh, dass ihr Mercury alleine auf der Top lasst Das, ähm, gefällt mir auch Ja, klar Also eure Strategien, mit denen bin ich auf jeden Fall konform, direkt Also das ist, äh, eine gute Sache Ja Das seh ich auch so Ja, ne? Ein halbes Level Abstand Einverstanden Ja Mit euch kann man arbeiten Ja, klar Finde ich gut Gefällt mir Ja Ja Jetzt könnte ich auch mal hier ein bisschen fighten Okay, jetzt mal ganz ehrlich, was willst du von mir? Okay, das war natürlich eine sehr, sehr gute W So, Johanna ist wieder tot, die geht aber so rein wie Neoric, das ist unfassbar Ja gut, wenn die Bock hat, dann hat die halt Bock, ne? Was willst du machen? Ja Wenn du Bock hast, dann gehst du halt drinnen Lass sie ran da, denn sie will ja Ne? Ne Ne Keine Gnade Wollt ihr die Pflanze eigentlich noch machen, oder hattet ihr da eher noch? Ne, ist gerade nicht problematisch mit den Gegnern hier Okay Ich verliere keine Zeit Fuck, die haben sich gerade im Visier tot Pfff, die haben sich gerade im Visier tot Pfff, die haben sich gerade im Visier Ist doch irgendwie gerade drei gegen... Ne, der Graf zu der kam ist gerade von oben Ja, ich bin, ich bin und bleib erst mal top, ne? Ja Ja, das ist gut Dann haben wir gut auf die Fresse bekommen Ja, finde ich gut Am besten dann direkt die Pflanze polieren Ja Und jetzt ist Uta auch tot Ja, finde ich auch gut Gefällt mir Finde ihr, also als Team arbeitet ihr echt perfekt zusammen Kannst auch gut herkommen Ne, warum? Weißt du? Ich dachte mir jetzt erstmal, bleibt noch ein kleines bisschen hier Na dann, na gut Aber ihr solltet euch nicht ausruhen Die Verleuchten werden zurückkehren Ah, ne? Ja Wir haben ne erst so gut Über den ist, Murky pusht immer noch extrem krass gegen Ja, da kannst du muss gegenhalten Ja, das ist sehr, sehr schwer Weil der halt mit seinen komischen, äh Dadurch, dass er immer nur drei Sekunden tot ist Hat der, äh, echt ne chillige Situation da Ja, wir versuchen jetzt einfach nur die Pflanze auszuschalten Ja, finde ich gut Ja, ne? Oh, hier Murky, get at my level Hat Murky eigentlich auch ne andere, ähm Ne andere, äh, Zeit zum, ähm Zum, äh, für den Heelbrunn Weil das würde bei Murky Sinn machen Ich hab den Champion nur noch nie gespielt Ich weiß, ich hab den auch nie gespielt Philipp hat den gespielt Ja gut, Philipp ist ja auch behindert, ne? Ja Alter, ich kann da nicht, ich kann da nicht gegen pushen Das ist unfassbar Dieser Typ, das ist Und wir haben grad so ein pflanzliches Problem Ja, ist schon in Ordnung, aber So, Pflanze tot Korrekt Ich bin oben, ich komm aber trotzdem mal runter Komm, den habt ihr, oder? Sehr geil Ja, ich mein, Elementar So, den hab ich auch noch ein bisschen weggenuked Ah, find ich in Ordnung Find ich in Ordnung Dann geh ich direkt mal runter Ein bisschen XP zu Alter muss toplen, ich muss weg Ja, geht, du oder Diablo, geh toplen, ja Ja, ist in Ordnung Ja, wir brauchen auf jeden Fall nur die XP, weil Ja klar Das Problem ist, Murky ist nicht so wichtig im Kampf bei denen, ne? Ja Weil, also ich mach ja schon relativ hohen Schaden Aber ich muss die ganze Zeit bei Murky bleiben, weil der sonst einfach ein Huren ist Ja, das ist eigentlich, das ist, du musst wirklich irgendwie schaffen, dass du irgendwie uns als fünf, dass wir im Kampf immer überlegen sind Ja, weil wir fünf sind und trotzdem noch Murky töten Ja, aber gleichzeitig musst du gucken, dass die Lane nicht komplett zerstört wird Das ist schon echt ärgerlich, äh Ja, aber wenn du's gut schaffst, haben wir einen riesen Vorteil, weil dann ist Murky nützlos Ja, das stimmt Wobei, also gegen Murky zu pushen ist ein echten, äh, hartes Stück Arbeit, also Das ist eine schwere Sache, ja, aber ne Sibu kann ja auch eigentlich ganz okay pushen und wenn du auch viel auf der Lane bleibst, hast du ja ein gutes Sex nachher Oh, den Rest schaffen die beiden Kollegen da rum und so Oh ja So, hab auch noch unten Camp gemacht Ah, ich hab glaube ich meine Ulti gewastet Diablo hat auch irgendwie keinen Bock mit mir zu kämpfen, der steht lieber daneben und, äh, gönnt sich ein bisschen Ja Also ich finde das auch einfach andersrum besser, ne? Muss man ja auch nicht mitmachen, das ist ja so rein frei Ne, ne, ne Als Sibu Ulti, ich finde auch die macht viel zu wenig Schaden dafür Ja Also, da, äh, finde ich auch, man sollte da lieber ein bisschen neben stehen bleiben und chillen Da würd ich, das ist auch wirklich besser so Klar Oh Sollen wir die Pflanze, ich weiß nicht, soll ich die Pflanze nehmen? Alter, ich hasse es, ja, kannst du machen Ah, mich hat jetzt gerade Aber der stimmt noch, ne? Ja, ist ja Der Ulti hat den Kelters genommen Ah, das kann ich Ihnen nicht beantworten Schau mal eben nach Wer hat den Phönix Ray Matera to life Machen die einen Boss? Ja, ne? Die machen den Darkside Boss Geht aber mal nicht hin Ich mach mal pflanzliche, äh, Aktivitäten hier Klar Ich finde, ein bisschen vegan, ne? Paar Stunden, ja Ein bisschen vegan ist immer gut Ich geh mal eben Murky töten Weil der zerstört gerade das vor Ja, der zerstört die ganze Zeit mein Leben Aber weißt du was? Ich zerstört seins Ich weiß da oben jetzt Nimm ich einfach eben die Butts ein Wenn ihr wollt, können wir mal fighten, ja, ja Hä, der kann nicht ulten? Wie retarded ist das denn bitte? What? Hier jetzt ist ein Problem Hey, aber irgendwie habt ihr es nicht so mit Teams, ne? Ne, irgendwie weiß ich nicht wo der Rest da war Ne, ne, die hatten auch irgendwie Weißt du Die Pflanze, die macht ja auch keinen Schaden Es ist ja eh ein bisschen lächerlich hier Ja Da kann man ruhig mal, äh Chilli-Milli, äh, sich daneben stellen Ja, die Ulti war solide Aber bei ja so jetzt zu fighten wär echt ein bisschen dämlich Aber nein, guys, jetzt lief einfach Oh, hier Ähm Äh 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 Ja, komm rein da Ren da Ja, wie denn alleine hast du jetzt? Ja, ich bin noch da ja Ja es ist echt nicht sinnvoll mit dem boss zu kämpfen also während der uns noch angreift jetzt können wir gerne kämpfen okay okay wir waren auch nur drei ja doch hast du recht ja doch ist das korrekt hier ich glaube manchmal ein paar camps jetzt ja nicht ja ich dachte ich kann das camp noch anfangen aber der hatte keine lust oder du warst zu spät interessant habe ich jetzt genommen was geht denn ab bei euch warum seid ihr da gerade bitte nicht engaged weil es drei gegen vier ist ja weil murky echt ultra viel schaden und wir zwei lehnten sind ja genau da würde ich auch sagen gegen murky der keine ulti hat weil er die gerade schon gemacht hat ja trotzdem sind wir zwei level hinten und sind nicht mehr als die siehst du das problem ja ich sehe das problem wir sollten nämlich das problem sehr gut wenn ich habe drücken ja weil auf der map nicht zu verhalten macht echt immer sind weil die ganz ja ja weil der pflanzt nachher aber jetzt gerade nicht einfach so auf der lane wo wir dann keinen vorteil haben während den großen großen nachteil aber ich sehe doch kein nachteil da muss ich mal jetzt ehrlich sein das shrinking war jetzt gerade gut das ist so nervig push 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 oh camps hier wenn deine viecher auch schön denken ja klar dafür sie ja auch da geht direkt mal zum nächsten ja hier unten kann man ja direkt das siege noch machen dann kommt die nächste nacht und die haben jetzt level 20 sobald wir level 20 haben oh fuck sie haben uns das untere camp weggenommen das ist jetzt nicht so gut man sieht mit der andere gehen hoch will eigentlich auch die camps nicht alleine man karrasin kommt runter ja wir müssen gerade auch jetzt mal ein bisschen camp steffen fuck it fuck it warum fick dich mir hier unten ist ein fight ja ich bin nicht da ja wir haben aber nicht im boss nicht im boss halten nee nee der boss klappt kerrigan an ja noch ich hab keine ulti ja nein komm spinnen springen die nicht an hast du das nicht gespielt oder was nee ich finde die scheiße im spell was ich kümmere mich da ist der beste nee ja wär die tot gewesen was gilt's denn dafür dann äh dass meine Ehe explosiert hab ich 5 mehr spinnen ja die anspringenden spinnen richtig gut nicht er hat die gekillt ja das ist durchaus möglich aber ist glaube ich eh egal bei uns denn äh das haben wir gewonnen naja die haben schon wieder einen Garten Terror die holen jetzt oben alles wahrscheinlich will aber auch jetzt nicht hin eigentlich nur kerrigan ist down die mal bot ein bisschen gegen pushen ja wir brauchen jetzt auf jeden Fall Level 20 ohne Level 20 wird das nix ja die schillen hier schillen ohne Level 20 ist das hier nix im Puff ey ja sind wir jetzt ja ja wir müssen den Terror einfach die ganze Zeit uns hinterherlaufen gegen den Kämpfer kommen ja haben wir gut gemacht würde ich sagen ja super ja super ja super so ja up in die Base ok ja ich bin froh dass meiner jetzt die ulti gemacht hat vielleicht hat er lediglich ab auch kerrigan er lebt noch ja ja korrekt abgesehen davon dass wir das game jetzt verlieren die pflanze ist tot ich glaube nicht dass sie finischen können ja gut stimmt die basis greift jetzt wieder an weil da keine pflanze dran steht aber wenn jetzt alle camps machen haben wir genauso ein problem dann haben wir auf jeden fall genauso ein problem und da kommt die nächste pflanze die haben noch eine doppel pflanze ja und beide kämpfen um ja geil ja geil ja geil ja geil ja geil ja geil aber wenn die mit der pflanze jetzt einfach nur sinnlos reingehen mit allen und die base angreifen dann haben wir verloren mit den ganzen camps die da noch sind ja ok die camps konvention vorher ausschalten bevor die pflanze da ist ja müssen wir auch ne ja ich gehe direkt zu dem camp in der mitte ich hab meine ulti wieder ab ach das wird so hart jetzt eh mega hart auch kälter sein nein ich bin der mitte wie bist du da denn es wird rausgekommen ich weiß es nicht irgendwie ist ja abgeworfen worden aber warum hatten gerade überlebt das kann ich nicht sagen nach die hatte wieder ihren schwulen über das spell des todes und jetzt hat karegen noch ulti ja gg oder ist das gg na du bist noch da ne ja aber karen kann mich ja wenn du von Uta nicht die ganze zeit weglaufen würdest ok boah war das ein schlechtes game ey wow nein ja das war genauso geil wie gestern der brokkolisalat ey ja genauso geil der mag dich nicht ja was soll ich doch machen wenn die alle wieder sterben ey ich sag da nix zu ne ich sag da nix zu wie viel haben wir verloren 100 ey Rang 29 endlich ich wollte da ja schon immer mal wieder hin Rang 15 super die hatten auch geschmeidige Uta hat auch geschmeidige 9 Tote ja das ist ja auch ne grundsolide Leistung ne die der da vollbracht hat klar geschmeidige 9 geile Tote ne Tote nicht Tote 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 9 Tote Tote ja genau das ja in dem Sinne ne schwul direkt schön ja tschüss 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 Vielen Dank.